So, liebe Leutchens, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich weiß welche Aufstockungen und Items noch kommen. Die schlechte, ich weiß nicht wohin. Na, aber wir werden gucken, wir werden gucken. Ähm, haha. Ah, ich hab's, siehlein, du musst nicht, aua, Jod. So, hier war auch nichts. So, so. So. So, und ein Teil der Macht. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Okay. Ne, das war nicht. So. So, zwei Herzen wieder. Und hier ist das letzte Mal der Knilch. So, Bomben brauchen wir. Zack. Und zack. Zack. Jetzt ist er forever da. Und er hat was liegen gelassen. Nämlich, jetzt besitzt du den Enterhaken. Damit kommst du über Schluchten. Genau das hat er da gelassen. Ja, ja, ja. Und wie das aussieht wie ein Schuriken. So, ähm. Ja. Okay, dann brauche ich doch nochmal die Feder. So. So, aber, das ist auch eine sehr mächtige Waffe. Wie ihr seht. So. Aber auch mein Schwert ist nicht zu verachten. Zack. Zack. So. Hehe. Ne, hier war es nicht. Wie immer. So. Oh. Jetzt können wir auch hier so eine Brücke machen. So. Aber ich sehe schon, hier brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Toll. So, und jetzt. Zack. Ja. So, das geht auch. Verdammt. Okay. Ah, einen kleinen Schlüssel. Damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Okay. Jetzt können wir hier wieder raus. Busch. Busch. So. Okay. Meine Güte. Ein paar Herzen vielleicht. Nee, natürlich nicht. Link macht seinen altbewährten Moonwalk. Ah, Herz. So. Hier waren wir schon. Ja. So. Ah, ein Teil der Macht. Ja, doch. Ja, doch. So, ähm. Hier waren wir schon. Da unten war noch irgendwas. Ach, man, oh. So. Ah ja, genau. Hier kamen wir erst nicht weiter. War es erst oder im letzten Part? Ich glaube im letzten Part. Oh. Mein Glück. Und wir halten den großen Schlüssel. So. 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 So, springen wir den Gumba auf den Kopf, damit wir ein Herz hier kriegen. Gut, Link, dann springen wir hoch. Okay. 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 So. Bleibst du weg. Gut. So. Okay. Ach, Menno. Sag mal. Und für die Kiste. Rubine. 50. So. Und einen kleinen Schlüssel. Gut. Dann können wir weiter. Hier ist noch was. Ah, Herbst. Wiener. So. So, äh, mehr auf Dings wechseln. Gut. Hier war mal. Na ja, und hier war das. Genau. Gut. Ah, wir sind fast voll. Wo können wir noch hin? Da am Anfang. Ach, ja. So. Na. So, was war hier? Hier war das. Alles klar. So. Was ist hier noch? Hier scheint es weiter zu gehen. Sehr interessant. Aber da war in dieser Etage noch eine Kiste. Die würde ich gern noch holen. Okay. Aha. Teil der Macht. Jetzt sind wir wieder voll. Na. So viel zum Thema voll, ne? Ach so. Hier. Gut. Der enthalten. Und es ist 200 Rubine. Wahnsinn. Ja. Wir haben 999. Mehr können wir nicht tragen. Gut. Dann gehen wir zurück. Oh, wie ihr seht. Geld gibt's hier wie Heu. Also, das ist hier. Wow. Die können ja springen, die Bieser. Also, das ist hier nicht gerade rar gesät. Ach so. So. What? Okay. So. Oh. Gut. So. Haben wir alles? Boss-Schlüssel haben wir. Karte. Kompass. Okay. Was gibt's hier noch? Nee, da gibt's bestimmt noch was. Ähm. Was gibt's hier? Ach so. Hm. Jetzt sind wir hier. Noch ein Mini-Boss. Ach. Die kennen wir. Hälsch zumindest. Die müssen sie immer hier ins Auge schießen. So. Boah. Ach, okay. Warte mal. Geht das nicht mit Pfeilen noch besser? Geht auch, aber das ist so effektiv. Das ist so effektiv. So. Das hier ist tot. Ich suche meine Fee her. Oder sowas. Ja. Okay. So. Zack. Zack. Drei Treffer gleich. Okay. Ja. Ja. Das war's jetzt. Auch nur ein Herz. Okay. Okay. Das war anscheinend der Zwischenboss. Der. Naja, gut. Ich glaube, daran kann man sich festhangeln. An den Statuen. Ja. Jetzt haben wir außerdem noch volle Energie. Achso. Push. Gut. So. Und zum Boss. So. Willst du also den Wind verschwecken? Boss. Aber ich werde dich fressen. Boss. Boss. Erdbeben. Okay. Okay. Okay, da muss man springen. Okay. So. Da kommt er. Okay. Will der mal irgendwas fressen? Okay. Dann frisst das. Nee. Auch nicht. Muss man Pfeile oder Bomben reinwerfen? Auch nicht. Okay. 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 Was zum. Hä? Okay. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich gucke mal schnell. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich gucke mal schnell nach. Okay. Okay. Die haben auch nichts weiter dazu gesagt. Aber wir brauchen den Enter-Haken. Achso. Achso. Okay. 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 Ich habe es gescheckt. Okay. 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 Ateck. Ateck. Auch. Auch. Ateck. Apeck. Akeck. 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 그런ta o oh ich vero. Ah toll, ich kriege aber keine Hauptsache. Ja doch. So. Hübsch. Ja doch. Ja doch. Ah. Upsalala. Upsalala. Gut. Ah. Ah. Ok. Ja, haaa... So... Was? Nein! Verdammt! 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 So, ähm... So... Haha... Okay... Vier Herzen haben wir nicht... Ah... Ja... So... So... Natürlich geht das nicht... Wäre ja auch zu schön... So... 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 Ein Herbst fehlt sonst noch... So... So... Bin ich hier überhaupt richtig? Ja... Oder? Ja, hier war das... Ähm... Plus... Okay... Ups... Hup... 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 ... Ja... Uh... So... Okay. Okay. Ouch. Okay. 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 Ha 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 ha. So. Ah. Ah. So. Yeah. Yeah. Juch! Alles los! Du weißt wohl nicht, wo du dich befindest, du naives Kerlchen! Und diese Insel ist dein Verhängnis. Aha. Herzcontainer! So. Ja. Und diesmal mache ich es so, dass ich jetzt den Bart blende. Und im nächsten Part sammeln wir das Musikinstrument gleich ein. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann und ciao!